Ja, Moin und Willkommen hier zum Test der Komet Knall-Captail 24er. Kaffee bei Thomas Phillips für 3 Euro. Sie klebt die alle schon zusammen, ich musste die auseinanderreißen. Die bei Thomas Phillips hatten keinen Plan von nichts, aber gut, Schlange ewig lang, ist ja immer so. Und ich hatte den jetzt schon aufgemacht, hier man sieht da drüber als aktuelle Ware von Komet. Und dann werden wir den jetzt mal zünden würde ich sagen. Ja, hammermäßig, ich würde euch mal den Friedhof hier mal angucken. Auf jeden Fall gerockt, wir waren anständig laut und vor allen Dingen, die haben ordentlich geschnipselt. Die sind bis auf meinen Kopf geflogen, die Schnipsel. Also, lohnt sich auf jeden Fall, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.